Hier können wir ein Salto machen, das geht, Leute. Oh mein, mein Herz. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Tschüss, tschüss. Willkommen zurück zu einem neuen Video, da spielen wir Ryder. Und, ja, wir spielen weiter, schätze ich mal. Es ist eine lange Zeit her, ich weiß, aber heute saß ich so, ich meine, an einem Sonntag. Und ich hab mich ein bisschen gelangweilt und ich dachte mir, hey, was spiele ich heute? Ich war mir nicht wirklich sicher. Und, ähm, ich hatte irgendwie auf gar nichts Lust, kennt ihr das? Wenn ihr so da sitzt und denkt, ich hab auf gar nichts Bock. So, ich will gar nichts machen, am besten, ich will einfach nur sitzen. Ich hab einfach auf gar nichts Bock. So, auf gar nichts. So, manchmal gibt's diese Tage, deswegen, oh, Ryder war ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Deswegen werden wir es heute spielen und wir können ein neues Bike gewinnen. Und, äh, ich kann mich an diese eine Folge erinnern von Ryder, wo ich die Mission nicht verstanden habe. Und die Leute haben mich gehatet, weil ich quasi die ganze Folge lang die Mission falsch gemacht habe. Verständlich, okay? Ich meine, komplett verständlich, aber ich meine ja nur, ich, äh, es hat mich verlässt, okay? Okay, nein, ich wirklich, ich hab's verdient. Aber, na gut, also zwar gibt es die Aufgaben, wir sind erst bei 19 von 100. What the Freak? Das war grausam bis jetzt. Sammeln über 45 Punkte dreimal. Also, wir müssen hier über 45 Punkte sammeln. Und das dreimal, okay? Also, bei Ryder ist das Ding, wir dürfen nur auf den Rädern landen. Wir sollten Saltos machen, denn das gibt uns Punkte. Ja, okay, jetzt hatte ich nur 11 Punkte, da war es echt wenig, Leute. Aber wir müssen halt, ja, viel, oh, was hier ist los? Oh nein, hör auf damit. Ich möchte mich nicht beim Game, oh, vor, oh mein Gott. Ich möchte mich nicht beim Game Center anmelden, Leute. Oh nein. Manche versuchen hier nicht, Rückwärtsalto zu machen. Zwei Rückwärtsalto, verdammt. Okay, Leute. Ich muss wieder, ich muss wieder reinkommen. Das ist definitiv, oh, hier. Zwei Saltos. Hier geht's, Leute, hier geht's. Fahr, fahr, fahr. Jetzt hier drei. Drei mindestens. Okay, ich bin komplett überfordert gerade. Komm schon, Buddy, okay. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, 45 Punkte zu erreichen ist schon sehr schwer. Und wieso ich so viele Saltos machen will, ist, weil es mir mehr Punkte gibt. Aber ich glaube, wenn wir zu viele Saltos machen, wir sollten aber bei einem Salto bleiben. Außer der Flug ist richtig hoch. Aber selbst hier, immer nur ein Salto, Leute. Ein B. Für einen Bonus. Keine Ahnung, was es genau bringt. Oh nein, feuchtig. Uh, 27 Punkte. Oh, komm schon, komm schon. 30 Punkte. 30 Punkte. Oh, mein Gott. Ey, das Spiel ist zwar nicht schwer, aber wenn man eine Person ist, die tendiert, kleine Fehler zu machen, dann kann das Spiel schon sehr schwer sein. Wie wiederbeleben. Nein, natürlich nicht wiederbeleben. Ich hätte wiederbeleben eigentlich machen können, ne? Stimmt's. Ich hätte es eigentlich machen können, Leute, aber ich müsste Werbung schauen. Soll ich mit, ja, soll ich das tun? Ich glaube, ich würde es sogar tun, Leute, weil 45 Punkte dreimal. Diese Mission ist schwer. Okay. Oh, nein. Nein. Jetzt stelle ich mir vor, da würde ich stehen. Sammelt 45 Punkte dreimal hintereinander. Hintereinander, ja klar. Aber das ist zum Glück nicht hintereinander, Leute. Oh, mein Gott. Endlich macht mein Leben wieder. Kein Sinn. What the... Oh, wiederbeleben, natürlich. Oh, wir leben noch, Leute. Wir leben noch. Jetzt können wir weitermachen, Leute. Ich mach das. Ich mach das mit dem Wiederbeleben. Jetzt haben wir nämlich mehr Punkte gesammelt, was sehr gut ist. Wow, 53. Okay, wir müssen ja dreimal 45 Punkte sammeln. Wir haben jetzt einmal geschafft. Das ist quasi das Ding, das... Ohne... Ganz ehrlich, da habe ich auch die Werbung geschaut, auch wenn es Ewigkeiten dauert. Wir haben es aber das erste Mal jetzt geschafft. Wir müssen aber zweimal mehr von 40 Punkte sammeln. Ah ja, by the way, wenn ihr unbedingt mehr davon sehen wollt, von dem Spiel. Ich meine, mir macht es Spaß. Es ist sehr, sehr simpel. Ich meine... Oh nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Nein. Oh. Glückwunsch, halt auch noch mal. Oh, mein Gott. Nein, nein, nein. Ab wie vielen Punkten, by the way, kann man Werbung schauen? Das würde mich mal interessieren, Leute. Das würde mich wirklich interessieren. Vor allem das Gute bei dem Spiel ist, dass Werbung schauen keine Pflicht ist, sag ich mal. Sondern ihr könnt Werbung schauen, damit ihr quasi, ja, trotzdem euer Ziel erreichen könnt, was ich getan habe, zum Beispiel. Oder ihr könnt es auch nicht tun. Ihr könnt einfach alles am Vorderbeginn sagen, nö, ich mache das ohne Werbung. Aber ganz ehrlich, so auf wie ich gestorben bin, ich hätte keinen Bock mehr. Jetzt kommt es schon weiter, weiter, weiter. Oh, mein Gott. Rückwärtsallos sind brutal, Leute. Das kann ich euch sagen. Oh, nice. Oh, das ist schwer, die Stelle, oder? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. 45 Punkte. Komm schon, ich glaube, ich kann jetzt Werbung schauen, oder? Ich glaube, ja, Leute. Fahr. 45 Punkte, ja. Wir haben es gemeistert, Leute. Wir können uns töten eigentlich, oder? Wir können uns eigentlich töten. Vor allem, wenn da steht, sowas wie, sammel genau 45 Punkte, dann kann man nicht mehr sammeln. Manchmal ist das so. Manchmal darf man nicht mehr als 45, sondern muss danach sofort sterben. Es ist komplett krass. Hier ist es jetzt aber so, über 45 Punkte. Also, man muss genau lesen, was dort steht. Was super komisch ist, aber ist anscheinend so. Also, noch einmal 45 Punkte sammeln und dann haben wir es, Leute. Fahr. Nicey, nicey. Komm schon, bekommen wir es diesmal her, Leute. Ich brauchte meine Phase, um mich aufzuwärmen. Ich habe mich vorher nicht aufgewärmt, deswegen... Oh, und hier kein Salto. Hier können wir ein Salto machen. Das geht, Leute. Oh, mein... Mein Herz. Mein Herz. Ey, oh nein, nein, nein. Ich kann auch keine Werbung schauen, oder? Nein, kann ich nicht. Whoa, 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 whoa. Oh, oh mein Gott. Oh, what? Nein, nein, nein. Fahr, 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 fahr weiter, bitte. 45 Punkte. Ab 30 Punkte, glaube ich, können wir Werbung einmachen, oder? Ich glaube, ja. Okay, wir haben es. Schaffen wir es diesmal ohne? Schaffen wir es diesmal ohne, Leute? Nehmen wir ein Salto. Einer nur. Einer nur. Einer nur. Oh, das sind viele in München. Das sind viele, 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 viele. Aufgabe abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Lasst uns töten. Und lasst uns in die nächste Aufgabe gehen, Leute. Bro, das war absolut krank. Okay, nein, ich will mich nicht wieder beleben. Was ist die nächste Aufgabe? Sammel über 17 Juwelen. Über, ne? Okay. Also Juwelen, das steht über. Ich will vernünftig lesen, okay? Ich bin ein Mensch, ich lerne sehr aus meinen Fehlern. Also wenn ihr irgendwie seht, okay, ich mache irgendeine Dummheit in meinen Videos. Irgendwas komplett Dummes, was ja keinen Sinn macht, was passieren kann, weil ich ja nur ein Mensch bin. Dann allerdings lerne ich aus meinen Fehlern meistens. Oder ich lerne einfach aus meinen Fehlern. Deswegen dieses Mal habe ich gelernt, auch wenn es schon lange her ist, dass wir richtig lesen sollten. Aber warte mal, Salto ist ja egal, ne? Wir müssen ja nur diese Teile... Oh, nein, nein, nein. Fahr, 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 fahr. Über 17. Das schwere wird, wenn er einem sagt, sammel genau 17 Juwelen. Oh, komm schon. Das ist richtig schwer, Leute. Das ist schwer hier. Oh, oh mein Gott. Nein. Oh, wow. Ich habe keinen einzigen davon bekommen. Da ist einer. Bro, wie viele aber? Über 17? Ich meine, ich sehe doch nicht, wie viele ich habe. Oh mein Gott. Dein Ernst? Fahr. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Das bringt mir alles gar nichts, weil ich muss ja Juwelen sammeln, Leute. Da haben wir welche. Oh mein Gott. Oh, damn. Geplant. Geplant. Geplant hundertprozentig. Oh mein. Leute, das ist ein perfektes Level für... Mach jetzt sie... Milliarden Rückwärtsaltos. Hundertprozentig. Nicht wiederbeleben. Nein, ich will nicht... Da muss ich Werbung schauen. Jetzt wurde ich wiederbelebt und jetzt... Jetzt kann ich eigentlich wieder sterben. Ich muss ja... Oh mein Gott. Oh mein... Nein, nein, nein. Ich bin tot, oder? Ich bin tot, hundertprozentig. Nein, bitte nicht wiederbeleben, okay? Wir können ein neues Bike gewinnen, by the way. Diese Mission wird sehr schwer sein. Diese Juwelen zu bekommen ist allgemein sehr schwer. Also, damn. Kann ich ein anderes Bike nehmen oder wird es automatisch, ne? Ich glaube, ja. Und hier, by the way, ja. Ach so, wir schalten neue Themen frei. Seht ihr das? Das ist ziemlich geil eigentlich. Aufgabe 90. Warte mal, warte mal. Aufgabe 5. Aufgabe 15. Ah, ich kann es auswählen. Geil. Okay, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und ab Aufgabe 30 können wir wieder ein neues Thema haben wir freigestaltet. Ziemlich interessant, Leute. Sind das eine andere Level? Keine Ahnung, Leute, was es genau ist. Ich weiß es nicht genau. Aber wir müssen... Eigentlich müssen wir keine Saltos machen. Ein Salto ist meistens aber gut. Denn dann können wir quasi einfach uns wieder besser positionieren und alles. Also, ein Salto ist auf jeden Fall okay. Lass mal sehen, lass mal sehen. Da sind Juwelen. Perfekt. 17 Stück, ne? Über 17 Stück. Okay, immerhin über 17 Stück. 17 Stück sind schon eine Menge auf jeden Fall. Muss ich ja mal wirklich sagen. Ja. Und das nur einmalig, ne? Nicht dreimal oder so. Oh mein Gott. Kann ich bitte Werbung schauen? Ja. Wieder Belehren, bitte. Aber warte mal. Zählt das dann zu mir so oder zu? Oder nicht? Ich hoffe mal. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass ich hier Werbung ausgeschaltet habe. Oh mein Gott. Ja. Wir haben es doch noch geschafft. Töte dich. Töte dich. Töte dich. Ich mache die Augen zu. Oh, ich habe nicht ganz zugemacht. Aber wir sind zum Glück gestorben. Huh. Okay. Was ist die nächste Aufgabe? Schaffe in einem Lauf über 13 Saltos. Über. Über 13 Saltos. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Lass es uns tun, Leute. So. Ein Salto. Wann zählt das auch? Ich glaube nicht. Zwei. Macht zwei. Easy peasy, baby. Ich habe nicht gezählt. Ich mache einfach so viele, wie ich kann. Hier. Das zählt auch ein Salto. Hier kann man noch ein Salto machen. Hier kann man ebenfalls. Oh. Perfekte Map für ein Salto, Leute. Damn. Oh. Ah. Man. Zum Glück können wir ab 30 Punkten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Leute. Damn. Damn. Wir können zum Glück Werbung schauen, alles. Oh. What? Ich werde Werbung schauen. Ich werde sowas von Werbung schauen. Definitiv, Leute. Okay. Also jetzt ist es noch nicht vorbei, Leute. Der Traum ist noch nicht zu Ende. Also gibt es hier immer verschiedene... Oh mein Gott. Das ist schwer. Das ist so hardcore. Ist das dein Ernst? Ich habe elf geschafft. Elf Stück. Elf. Also ich glaube, je mehr Themen man freischaltet, desto mehr verschiedene Maps gibt es. Glaube ich. Ich meine, das sind doch zwei Saltos oder ist es immer noch ein Salto? Oh nein. Oh mein Gott. Dein Ernst? Wie viele habe ich geschafft? Fünf. Ich glaube tatsächlich irgendwie... Ein Doppel-Salto zählt nur als ein Salto. Ich weiß aber nicht, wieso. Ich weiß... Eigentlich darf das gar nicht sein. Ich schaffe über 13 Saltos oder keine Ahnung wie viele. Nice. Wir haben jetzt Bonus bekommen. Was denn noch? Bringt das nochmal? Nein. Bro. Warte mal. Wie viele habe ich jetzt? Wisst ihr, was ich zähle? Verdoppelt deine Belohnung. Äh. Nein, nein. Das mache ich noch nicht. Kann ich das später immer noch tun? Ich glaube, ja. Also. Okay. Lass mich mal zählen. Wir zählen dieses Mal, um zu gucken, ob zwei Salto zählen. Okay? Also eins. Zwei. Das ist nur zwei. Okay. Weiter geht's, Leute. Drei. Ich hätte jetzt ein Doppel-Salto machen können. Vier. Nice. Eigentlich ist es hier das hier auch. Fünf. Sechs. Sieben. Also ganz ehrlich. Das zählt normalerweise als sieben. Acht. Neun. Ich glaube, er zählt hier als Salto's anders. Oh mein Gott. Zehn, oder? Zehn oder neun. Wie viel hatte ich? Wie viel war das? Das waren keine neun, Leute. Das waren keine neun. Also immer nur ein Salto in der Luft. Ein Salto. Mehr nicht anscheinend. Okay. Ich sehe dich. Wenn das so ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist komisch, wie er das zählt. Weil wenn ich ein Doppel-Salto mache. Oh. Bitte. Dann sollte das auch zählen. Aber warte mal. Warte mal. Vielleicht würde er sowas sagen wie Doppel-Salto. Schaffe fünf Doppel-Saltos. Ich glaube. Oh nein. Ich kann es doch noch schaffen, oder? Komm schon. Yeah, Baby. Let's go. Hier. Ein Salto reicht. Ja. Ein Salto reicht. Ich glaube, er zählt Doppel-Saltos. Und Salto ist was anderes. Wenn da steht Salto, dann meint er nicht Doppel-Salto. Nie. Wenn da steht Salto, meint er Salto. Glaube ich. Okay, komm schon. Diese Aufgaben sind schwer, Leute. Das kann ich euch sagen. Tatsächlich sehr schwer sogar. Oh mein Gott. What? Ja. Ja. Ist klar. Wie habe ich das denn gemacht, bitte? Kann mir das bitte immer erklären? Oh nein. Fahr, fahr, fahr. Nein. Wiederbeleben. Hundertprozentig. Puh. Es geht weiter, Leute. Wir können immer noch weiter Saltos machen. Hier haben wir einen Platz zum Salto machen. Also manchmal rettet mich diese Werbung echt, Leute. Aber das war kein Salto, ne? Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott. Diese Stelle. Ich hätte warten müssen. Elf. Elf. Bro, das ist die schwerste Stelle der Welt. Wortwörtlich. Oh nein. Eigentlich kann ich durchstarten, oder? Ich hätte ein Salto machen sollen. Ich muss überall Salto machen. Überall, wo geht's. Wo es geht. Überall. Wortwörtlich. Hier. Hier. Mach überall Saltos. Mach einfach überall Saltos, bloody. Oh mein Gott. Mach ein Salto. Mach ein Salto. Nice. Nein, hier nicht. Hier nicht. Nein, ich auch nicht. Ich hab gesagt, da auch nicht, Bro. Damn. Acht Stück. Mann. Das ist schwer. 13 Saltos in der Menge, Leute. Das ist erst die erste Mission. So. Ist das zwei oder einer? Null. Diese Mission ist aber nicht mehr funny, Leute. Sie ist funny frisch. Okay. Nicht mehr funny, sondern funny frisch. Daumen hoch für den extrem lustigen Witz, den ich immer wieder an den Tag bringe. 100%ig lustiger Witz. Okay. Komm schon, bitte. Zwei Saltos. Zählt. Makelloser 720. Damn. Das war gut. Aber ja. Das ist halt nicht funny, sondern... Okay. Sorry. Ich hör auf. Ne, ich hör auf wirklich. Ich hör einfach auf mit Witze, Mann. Ja. Ich sollte aufhören mit sterben. Witze soll... Witze kann ich weitermachen. Hör auf zu sterben. Oh mein Gott. Hier kann ich... Oh nein. Wow. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Ich wurde so hochgeschleudert, Leute. Hoch geht's. Oh ja. Ja. Doppel Saltos zählen. Doch. Oh mein Gott. Bestes Level. Bestes Level. Bestes Level. Bestes Level. Oh mein Gott. Sammeln zwischen 20 und 24 zu wählen in einem Lauf. Oh mein Gott. In einem Lauf. Nein, nein, nein. Das ist ein Scherz, oder? Da hab ich ein paar. Guter Anfang. In einem Lauf, Leute. Aber nicht zwischen, ne? Oh, stimmt's. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich töten. Ich darf nicht mehr aufheben. Nur wo sehe ich, wie viel ich habe? Hä? Das ist komisch. Muss ich zählen? Oh nein. Ich hab nicht gezählt, Leute. What? Ich muss jetzt raten. Ich hab keine Ahnung, wie viele. Oh. Ja, okay. Das war gut, weil... Ich hab einfach nicht gezählt. Man sieht da auch nicht, wie viele Juwelen man hat. Also, sollte ich die auch von vorne anfangen, denke ich. Das ist schwer, weil... Wir dürfen nur zwischen 20 und 24. Das bedeutet, wir dürfen nicht mehr als 24, nicht weniger als 20. Das heißt, es muss zwischen 20 und 24 sein. Ansonsten zählt die Challenge nicht. Das ist quasi das Ding hier, okay? Okay, freue ich dich, okay? 20 oder 24. So. Drei Stück. Also quasi Quick Maths, ne? Äh, 1 plus 1 ist 2. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Oh, man. Das ist eine harte Challenge. Ich meine... Wie wollen wir... Wie wollen wir es hinbekommen? Ich hab... Okay, hier haben wir 4. Da muss ich nämlich draufkommen erst mal. Ja. 4. Das ist trotzdem schwer. Das ist trotzdem schwer, Leute. Bei manchen kommt einfach gar nichts. Gar nichts. Ganz feuchtig. Da unten, da unten, da unten. Ganz feuchtig. Wie viel sind das? 10. Ah, also noch 10 mehr. Und dann müssen wir uns selbst töten. 10 mehr, Leute, okay? Damit du weißt... Oh, mein. Wie viel war das? Ich hab... Bro. Man sieht es einfach nicht, wie viele es waren. Wir können uns wiederbeleben gerne. Aber ich... Bro, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele es waren, Leute. Also, hab ich die jetzt aufgesammelt? Ich hatte 10, ne? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. 17 vielleicht? 16? Ich glaub, es waren 16, Leute. Okay, lass mich mal 4 bis 5 noch sammeln. Oh, Gott. 4 bis 5 noch. Komm schon. Komm schon. Ja. Jetzt töte dich. Töte dich. Töte dich. Töte dich, bitte. Ja. Hab ich geschafft? What? What? Was? Wieso? Was heißt denn in einem Lauf, bitte? Oh, man. Manchmal ist es schwer, das zu definieren. Ich meine, in einem Lauf. Das heißt, ich darf nicht sterben. 3 haben wir gesammelt, Leute. 3 Stück haben wir gesammelt. Da, hoch, hoch, hoch. Schnell, schnell. Oh, mein Gott. Ist das dein Ernst? 3 Stück. Nice. Komm schon, weiter geht's, weiter geht's. Wir müssten 20 sammeln. Huh, 20 und nicht mehr als 24. Na los. 3. Oh, mein Gott. Was zum... 8. 10. Äh, 12. Volle Geschwindigkeit hier hoch. Leine rückwärts Salto. 12 haben wir jetzt, Leute. Oh, mein Gott. Ich muss die aufsammeln. Keine einzige... Eine andere Chance, Leute. Keine andere Chance. Definitiv nicht. Wie war das jetzt? 15 haben wir jetzt, ne? Das sind wir noch 5 mehr, Leute. Oh, mein Gott. What? Alter, wir haben es noch geschafft. Die haben mich an der Nase gekratzt, Leute. Das ist schwer. Hä? Warte mal, warte mal. Ich fahr mal hier lang. Jetzt, 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 jetzt. Nein, Bro. Kann ich wieder beleben? Ich belebe mich wieder. Ich glaube, wenn ich die sammle, habe ich geschafft. Ich bin mir auch nicht sicher. Warte mal, geht's jetzt einfach weiter? Oh, mein Gott. Das ist schwer. Wie viel sind das genau? Ich hatte 15 bis zu dem Zeitpunkt. 15. Das waren 4. Ich glaube, 1 müssen wir noch, Leute. Falls es noch dazu zählt, weil normalerweise ist es ja kein Lauf mehr. Ja, auffeuchtig. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Einen noch. Nur noch einen, Leute. Ah, stopp. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Bitte. Das zählt nicht mehr als Lauf, wenn wir Werbung schauen, Leute. Das zählt nicht als Lauf. Das heißt, wir dürfen keine Werbung schaffen. Oh, na. Nein. Zurück zum Menü. Ganz ehrlich, das so weiterzumachen ist einfach nur super dumm. Hier. Das ist ein guter Anfang für diese Mission. Vier. Vier Stück gleich am Anfang, Leute. Diese Mission wird sehr, sehr schwer sein. Ich weiß nicht mal, wie ich sie heute mitkomme. Ich glaube ja nicht, Leute. Sie ist aber sehr schwer. Wir haben vier. Sieben. Sieben. Das ist richtig. Wir haben sieben. Zehn. Zwölf. Dreizehn. Nice, Baby. Let's go. Weiter geht's. Komm schon, gib mir mehr. Gib mir noch sieben Stück. Gib mir noch sieben Stück, Baby. Gib mir noch sieben Stück. Oh mein Gott, da oben. Da war alles. Da war alles, was ich brauchte. Natürlich habe ich verkackt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich muss zurückfahren. Ich muss zurückfahren, Leute. Ich muss zurückfahren. Roll runter. Roll runter, Bro. Das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz? Das ist ein Scherz. 100%ig Scherz, Leute. Kann ich ihn nicht dazu bringen, runter zu rollen? Ich geh mal nach oben. Jetzt roll runter, bitte. Komm schon. Ja. Okay. Wie viel habe ich jetzt? Oh mein Gott. Ich habe nicht mal gezählt, Leute. Damn. Da unten, da unten, da unten. Ich glaube, wenn ich die bekomme... Was ich nicht tun werde. Nein, ich will nicht wiederbeleben. Danke. 18 von 20. 18 von 20. Das wäre es gewesen, Leute. Da hätte ich es geschafft. Sprachlos. Perfekter Anfang eigentlich. Wir müssen hier ganz langsam nach unten, Leute. Das sind wie viele Stück? 5, oder? Sind das 5? Waren das 5, Leute, oder 6? Oh man, ich glaube, das waren... 10 haben wir jetzt. 10, 10, 10. Nice. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. 10 Stück. Oh mein Gott. Da sind 6 mehr. 16. Perfekt, perfekt. Ich glaube, 16. Ich meine, wenn ich mich ein bisschen verzähle, ist es nicht allzu schlimm. Aber ich glaube, es sind 16, Leute. Oh mein Gott, weiter geht's. Oh, 19. Das machen 19, Leute. Na. Okay, vielleicht finde ich 4. Vielleicht finde ich 4, Leute. Damn. Das ist so schwer, ne? Ja. Oh, Moment, da haben wir was gefunden. Hab ich, hab ich, hab ich. Mach tot... Tote dich. Bitte, bitte. Warte mal, habe ich es nicht geschafft? Ja. Damn, bro. Ich schaffe insgesamt 2 Doppelsaltos. Wie jetzt? Insgesamt? Also 4 Saltos oder... Keine Ahnung. Okay, Leute, wir machen noch nicht so weiter, wenn ihr mehr davon sehen wollt, das sind da oben da. Falls ihr es bis jetzt geschafft habt, schreibe Salto in die Kommentare und ich rede es nicht so wieder. Bye. Danke für das, dass du eine Schau des Videos hast. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zähne Schauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.